Ja, ich sehe gut. Und da oben gibt es dann im Reiter eine App, die man anklicken kann und das generiert euch einen Gratis-Key für Steam für Metro 2033. Also, wenn ihr noch ein Spiel vor Weihnachten geschenkt haben wollt, dann schaut doch einfach mal auf der Metro 2033 Seite der offiziellen von Facebook vorbei und ihr kriegt direkt einen Gratis-Key. Also, das war eigentlich alles. Ich wollte euch nur diese Info geben. Für alle, die beim Gewinnspiel kein Glück hatten, habt ihr trotzdem noch ein Gratis-Game abgestaubt. Also Leute, tschö und haut rein.